Wolfgang Amadeus Mozarts Singspiel, die Entführung aus dem Serai, war schon kurze Zeit nach der Uraufführung sehr populär und ist bis heute ein Dauerbrenner auf den Opernbühnen. Das wahrscheinlich eher weniger wegen der mageren Handlung als vielmehr wegen der großen Kunst Mozarts musikalisch echte Charaktere, wirkliche Menschen zu schaffen. Einer von ihnen ist Osmin, ein Choleriker, einer der schnell in Wut gerät, vor allem dann, wenn andere Männer bei Frauen scheinbar mehr Erfolg haben. Solche hergelaufenen Laffen singt Osmin, heute präsentiert von unserem Ensemblemitglied Patrick Guetti, am Flügel begleitet von Maxime Perrin. Solche hergelaufenen Laffen, die nur nackten Pfeiber grafen, mag ich vor dem Teufel nicht, mag ich vor dem Teufel nicht. Wenn ihr ganzes Tun und Lassen ist, uns auf den Wind zu passen, uns auf den Wind zu passen, doch nicht, trügt kein solch Gesicht, doch nicht, trügt kein solch Gesicht. Eure Tücken, eure Ränke, eure Finten, eure Schwenke sind mir ganz bekannt, sind mir ganz bekannt, sind mir ganz bekannt, ganz bekannt, sind mir ganz bekannt. Nichts weitergehen, müsst ihr früh aufstehen, müsst ihr früh aufstehen. Ich hab noch verstanden, ich hab noch verstanden, ich hab noch verstanden, ich, ich hab noch verstanden. Solche hier gelaufen laufen, die nur nackten Weibern klafen. Mag ich vor dem Teufel nicht, mag ich vor dem Teufel nicht, mag ich vor dem Teufel nicht. Denn ihr kannst es tun und lassen nicht, uns auf den Dienst zu passen, uns auf den Dienst zu passen. Doch mich drückt kein solch Gesicht. Doch mich drückt kein solch Gesicht. Eure Tücken, eure Denke, eure Finten, eure Schenke sind mir ganz bekannt. Sind mir ganz bekannt, sind mir ganz bekannt, ganz bekannt. Sind mir ganz bekannt, nicht zu hintergehen. Müsst ihr früh aufstehen, müsst ihr früh aufstehen. Ist, 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 ist. Ist, 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 ist. Ist, ist, ist. Ist, ist, ist. Ist, ist, ist. Ist, 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 ist. Untertitelung des ZDF, 2020